Schön, dass du heute dabei bist. Ich zeige dir heute ein Memory, das ich mit dem Set Make a Monster gestempelt habe. Dazu habe ich zuerst die drei verschiedenen Grundformen gestempelt. Dann habe ich für jedes Monster noch ein Augenpaar und einen Mund ausgesucht und anschließend alle Monster noch verschiedenfarbig koloriert. Für das Memory brauchte ich natürlich jedes Monster zweimal. So habe ich jetzt insgesamt 24 Teile und somit ein relativ kleines, aber dafür ganz persönliches Memory. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank!